Wir sind jetzt in Marrakesch und wir haben eine Kleinigkeit gegessen und jetzt gehen wir uns zu starten schauen. Es gibt hier Essen über und über und über. Überall sind so kleine Stände. Man kann sich einfach hinsetzen und anfangen los zu essen. Es gibt Süßes, es gibt Salziges, es gibt Fleisch, es gibt Zucker. Also für Leute wie uns ist es ein Paradies. Wir werden uns jetzt hier durch diese ganzen Stände fressen, bis wir nicht weg können. Wir werden uns jetzt in Marrakesch und wir werden uns jetzt in Marrakesch und wir werden uns jetzt in Marrakesch.